Hallo zusammen, hier ist Dranny Doyle, Profi-Detail aus den USA mit einer neuen Folge der Serie Polieren wir ein Profi. Heute wollen wir über die verschiedenen Pads und die richtige Kombination von Pad und Polierer reden. Starten wir gleich hier mit dem Polierfell. Schaut hier, bei unserem Fell ist eine zusätzliche orangene Schaumschicht integriert. Das Fell ist von hoher Qualität und die Schaumschicht dämpft etwas den Druck und gleicht ihn aus. Dieses Polierfell kann mit rotativen und zwangsangetriebenen Exzentern verwendet werden. Es ist aber nicht besonders gut für den freilaufenden Exzenter geeignet, weil der Flur zu hoch ist. Das nächste Pad, das wir zeigen wollen, ist das Mikrofaser-Pad. Sehr beliebt bei Detailern für seinen hohen Abtrag. Auch bei diesem Pad wurde die Technologie mit der Schaumschicht zur Druckverteilung eingesetzt. Es sollte auf keinen Fall rotativ verwendet werden, sondern nur auf Exzentergeräten. Als nächstes kommt ein Polierschwamm. Das ist unser Schaum für hohen Abtrag. Er hat zusätzliche Einschnitte in der Oberfläche. Diese bewirken eine noch höhere Abtragsleistung und reduzieren außerdem die Wärmeentwicklung auf der Oberfläche. Diesen Schwamm kann man auf allen Polierern der Flexrange benutzen. Jetzt kommen wir zum violetten Schwamm. Er ist konzipiert für einen sanfteren, aber trotzdem sehr guten Abtrag. Er kann mit allen Flexpolierern verwendet werden. Hier ist mein Lieblingsschwamm, der orange Schwamm. Er wurde entwickelt, um sowohl Politur als auch Versiegelung verarbeiten zu können. Er kann mit allen Flexpolierern kombiniert werden und ist, wie gesagt, einer meiner Lieblingsschwämme. Jetzt kommen wir zum Finishing mit einem sehr weichen Schaum. Diese weiße Schicht zwischen Rücken und Schaum verleiht dem Schwamm mehr Stabilität und erhöht die Standzeit. Gleichzeitig verteilt sie den Druck besser und kaschiert Ungenauigkeiten. Denn beim Versiegeln arbeiten wir ohne Abrieb. Vielen Dank! Schaut auf unserer Website vorbei und wenn ihr in den sozialen Medien aktiv seid, teilt eure Bilder und Videos mit uns. Hashtag ShineWithFlags. Wir freuen uns darauf zu sehen, an was ihr gerade arbeitet. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kontaktiert uns. Unser Experten-Team wird alle Fragen beantworten. Ich bin Renni Doyle. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Polieren. Applaus Ich bin Renni Doyle. Dann qualifications transgression. Und wenn ihr euch ein paar zwei Generationen mujeres könnt, haben wir es für diesen 貾